Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, sorry, tut mir leid für die 2-wöchige Pause, aber ja, bei mir läuft es momentan nicht so gut. Aber es ändert sich jetzt hoffentlich sehr schnell. Also klar, eventuell ziehe ich bald nach Basel und dann habe ich besseres Internet. Und ja, kann dann mehr Videos hochladen und dann sogar noch Livestream mit euch machen. Und ja, ich freue mich sehr riesig drauf und ich bin momentan wieder extrem sportlich. Ich trainiere sehr viel für Fußball, also kann ich dann hoffentlich bald auch mit dem Fußball noch ein bisschen verdienen. Aber wichtig ist einfach momentan, dass ihr meine Videos ohne Adblocker oder andere Werbeblocker schaut, damit ich ein bisschen auch von YouTube Geld verdiene, weil es ist wirklich schrecklich, wie hoch die Anzahl von Werbeblockern ist und alles mögliche. Es ist wirklich nur 10 Minuten Werbung. Bitte schaut doch kurz diese Werbung, ignoriert sie einfach oder so und geniesst dann das Video dafür mehr. Und es wird mir wirklich gut tun, weil momentan kann ich mit den 4.50 Franken gar nichts leben, was ich von YouTube pro Woche bekomme. Sehr wenig. Okay. Ähm, das war nur eine kleine Bitte. Wir müssen es natürlich nicht machen, aber es wäre natürlich schön. Und es würde mich natürlich viel mehr motivieren. So, ähm, ja, das Spiel ist ein bisschen leise irgendwie. Aber die Effekte sind zu laut. Man kann leider nicht, äh, zum Beispiel die Geräusche oder so lauter machen, weil die Effekte einfach viel zu laut sind. Und darum, ja, und die Musik habe ich ganz ausgemacht, weil die ist extrem laut. Da kann ich wirklich nichts zu tun. Ich muss wirklich ein Headset kaufen, das weniger empfindlich ist. Dass ich auch ein bisschen den Ton lauter machen kann, ohne dass ich Hörschaden bekomme oder so. Aber, ja, jetzt konzentrieren wir aufs Spiel. Ähm, wir haben hier ein paar Missionen. Haben wir keine Quests. Stimmt, wir haben keine Quests. Und dieser leckt, ähm, Ding, Regnum, so komisch. Ist das der Server? Ich hoffe nicht. Ich schaue mal kurz und beende ein paar Programme. Kurzen Moment. So, schon besser. Ja, ein bisschen leckt es noch, aber eigentlich gut jetzt. Ähm, ich verstehe nicht, wieso das Rechnung bei mir leckt. Und der CPU ist nicht mal bei 10% ausgelastet. Und die RAM ist nur bei ein bisschen über 1000 von 8000. Also irgendwie, pfff, keine Ahnung was los ist. Also wahrscheinlich liegt es an der Engine. Aber ja. Ja, die Rede-Quest natürlich. Oh Gott. Ähm, ah ja, stimmt. Tab habe ich noch vergessen zu drücken. Ähm, ich muss mit allen reden. Aber mit der muss ich jetzt nicht mehr reden. Also die da. Okay. Dann den da. Ähm, ich verstehe ich das jetzt nicht. Den habe ich ja geredet. Was wollt ihr denn von mir? Also, ähm, hier ist noch einer. Genau. Und ich habe sehr viel FPS. Richtig gut. Hm. Also dann haben wir auf der anderen Seite noch einen. Also kurz hier noch einer. Genau. Der Schütze-Trainer. So. Und jetzt hier oben. die anderen zwei. Die anderen zwei. Also die Magier-Trainer. Ja. So. Jetzt soll eigentlich die Quest abgeschlossen sein. Ja. So. Quest-Banded. Aha. Nicht mal ein Sound. Also der Sound ist abhängig von der Musik. Wenn ich die Musik jetzt aus habe, habe ich keinen Quest-Sound. Und. Toll. So. Lyrika. Ja. War es 10? Ja. Vernichtet 10. Gut. Also wir vernichten eine 10. Können wir eine 10 vernichten? Wieso nicht? Ähm. Ja. Das Reit hier haben wir leider nicht mehr. Dankeschön. Hm. Ja. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas ausgeben sollte für dieses Game. Zwar stinkt es mir nicht, aber es ist mir einfach momentan nicht gerade so gut. weil er sehr viele Bugs, Fehler und eben Systemeinbrüche hat. Eine schlechte Community. Aber eben ich möchte es natürlich vorzentenzen. Ich mache es immer weiter. Ich bin einfach sehr motiviert trotzdem Let's Play darüber zu machen. Und. Ähm. Wenn er natürlich mitmacht. Und. Ja. Ich auch ein bisschen zeigt. Ich will nicht nur Aufrufe haben. Und nur eine Minute geschaut. Also. Ich möchte schon ein bisschen. Äh. Ja. Eine Community aufbauen. Und. Aber wenn ihr wirklich motiviert seid und so. Dann wird natürlich auch viel mehr belohnt. Das ist ganz klar. Das wähle ich auch. Ja. Okay. Schauen wir mal kurz auf der Karte. Wir müssen einmal rings zum grünen Käfer 10 töten. Okay. Ja. Jetzt müssen wir nur noch die Käfer finden. Das ist wieder eine schlechte. Ähm. Ortsbeschreibung. Aber hier unten ist einer. So. Fangen wir wieder mit dem Dämonen an. Neuschrecken. Also ein Käferschwamm. Dazu. Und er ist dann. Ja. Dämonen. Du bist der Beste. Komm mit. Schaffst du es noch für den nächsten Käfer? Nein. Weil kein Käfer in der Nähe ist. Da müssen wir noch ein bisschen laufen. Haben wir hier unten. Dämonen. Ja. Das wird gar nicht ausgewählt. Also abgewählt. Dann sehen wir nicht ob wir dort unten hin müssen. Ähm. Südstrand. Weststrand. Nordwestlich. Ja. Da könnte der Südstrand sein. Also müssen wir dort unten auch hingehen. So. Wir nehmen die Dämonen. Falsche Taste. Richtig geil. Haha. Ich liebe die. So. Wahrscheinlich ob da auch noch der Südstrand ist. Sonst müssen wir messen weiter links. Hier sind noch ein paar Käfer. Ja die machen wir wenn wir wieder hoch gehen. So. Leck nicht so. Was ist denn heute los? Also das letzte Mal hat es nicht so gelebt. Also der Weststrand haben wir auch. Dann müssen wir hier zum Südstrand. Der müsste hier unten sein. So. Noch etwas zum mitmachen. Ihr dürft natürlich kostenfrei. Nein vor allem spaßeshalber mitmachen. Ihr dürft mit mir herumlaufen. Begegnet besiegen. Monsterquests. Alles mögliche. Und ähm. Ich unterstütze euch. Natürlich bin ich ja Beschwerer. Und ich brauche jetzt nicht unbedingt die besten Items. Ich kann hier euch natürlich schenken. Und ähm. Dann natürlich eben unterstützen. Wir können dann Reichsquests machen. Wir könnten im RVR mitmachen. Also Reichsschlachten. Und so weiter. Also es wird sehr viel los sein. Und ja. Wenn ihr dabei sein wollt. Einfach kurz sagen. Ingame anschreiben. Also anschreiben hier. Community. Ähm. Freunde. Hier angeben. Heilerin. Monika. Hinzufügen. Dann habt ihr mich hier freund. Dann könnt ihr. Doppelklicken auf den Namen. In der Freundesliste. Und dann habt ihr hier unten. Heilerin Monika zu stehen. Und das ist der Chat. Wo ihr dann Heilerin schreiben könnt. Äh. Dass ihr. Mitmachen wollt. Oder? Und ja. Ich bin gerne. Also ich. Hab gerne Community. Ich. Hab ne riesengilde. Bei Path of Exile. Ähm. Bei Diablo 3. Hab ich ne große. Kollegen Liste. Bei. Ja. Überall. Bei Skype. Bei Steam. Immer wieder. Ich. Habs gern. Wenn. Wenn ich Kollegen habe. Und. Mit ihnen spielen kann. Und. Ihr könnt natürlich auch dabei sein. Und. In dem. Auch ein bisschen. Ruhm erlangen. In dem. Ihr dabei seid. Beim Let's Playen. Und so weiter. Also es ist. Ja. Es ist cool. Und es wird natürlich sehr profitabel sein. So. Drei von zehn. Machen wir mal Feuerball. Also auch keines Geschoss. Schön. So. Das geht so schnell. Das ist krass. Kommt. Yeah. Schon fünf und zehn. Ha. Jetzt machen wir mal einen ohne. Beschwörungen. Ha. Er hat nicht mal überlebt. den Kerferbeschwarm. So. Jetzt machen wir mal die fünf. Ah. Wissenvoll. Okay. Es ist zu leicht. Es ist viel zu leicht. Es ist viel zu leicht. Der Beschwerer ist zu OP. Irgendwie macht es auch nicht. Toll. Ah. Ohne Musik nicht. So viel Spaß. Ja. Ist auch nicht so laut jetzt. Ich habe nur ganz wenig drauf gemacht. Dass immerhin noch ein bisschen Musik da ist. Das ist ein winziger Kerfer. Ah. Das ist ein magischer Kerfer. Dann. Ja. Das ist dann für... Ja. Wo haben wir? Hier ist mal eine oder? Ja. Und. Die vier. Ist okay. Das jetzt lesen wir so lange. Das sind auch die Animationszahlen. Äh. Zahl. Also die Manz. Animations. Animationen. Nicht gerade. Bugfrei. 2. Dass es so lange ging. Ja. Rechnung braucht unbedingt einen anderen Anbieter. Einen anderen Entwickler. Sonst geht leider Rechnung den Bach runter. Vor allem ein Anbieter. Der. Hätte es entwickelt. Überhaupt. Weil jetzt ist Zeit. Letztes Jahr eigentlich fast kein Update mehr erschienen. Nur ein bisschen Valentin. Na nicht mal Valentin. Weihnachts Event war aber mehr nicht. Das ist mega schade. Okay. Dämon.